Da brennt es Lichterloh hier. In unserem wunderschönen Spiel Fallout 76, der Benni ist auch gerade hier am Start, da vorne am rumtrollern. Ist schon wieder hier den Schrottplatz unter die Lupe am Nehmen. Und wir sollen endlich die Aufseherin in den Flatwoods finden. Das wäre mal eine Tat, oder? Das wäre mal eine Maßnahme, so und das schaffen wir jetzt auch. Die ist doch direkt da vorne. Ich muss noch eine Blume einsammeln. Oh, die gehören nicht mehr, die Rußblume. Haben wir ja gelernt, gibt es einen super Tee draus, den man daraus machen kann. Oh, apropos Tee, ich muss kurz was trinken. Oh, gott mir was, ne? Kein Problem. Überleg auch gerade, ob ich nicht mal was essen sollte. Guck mal hier, fang ich eigentlich so an zu leuchten, Benni? Guck mal hier. Wo, wo? Äh, ja. Drück mal Tab, halt mal drei Minuten. Voll gut, oh, cool. Faktisch. Ja, siehst du deutlich mehr, ne? Ja. Oh, oh. So, jetzt will ich die Aufseherin finden, Mann. Da ist sie doch direkt vor uns hier angeblich. Da ist sie, da ist sie, Mann. Komm, schnell, was? Hier. Die ist in der Kirche. Ja, Mann, wir haben sie gefunden, die Aufseherin. Äh, äh, wo ist sie? Nee, das ist nur die Kiste. Verstecktes Aufseher. Aufseher-Logbuch, Flanwurz. Aufseher-Logbuch, Flanwurz. Mein Gott. Hier ist niemand mehr. Die alte Kneipe, die Kirche. Mit etwas Glück und Verstand. Aber jetzt sind sie fort. Mutationen hatten wir erwartet. Aber es gibt noch etwas anderes. Eine Krankheit. Ich wurde von etwas angegriffen, das, ja, mal ein Mensch war. Aber es hatte diese grünen, leuchtenden Läsionen. Und seine Stimme, wütend, gequält. Wir sind eins. Eins was? Was auch immer hier passiert ist, das hatten wir nicht erwartet. Und wir haben eine Menge erwartet. Bevor sie ausgelöscht wurden, nannten sich die überlebenden Responder. Sieht aus, als hätte die Gruppe aus Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungskräften bestanden. Es gibt sogar ein automatisches System, das alles über das Aufbereiten von Wasser und Nahrungsmitteln, sowie das Überleben lehrt. Ich muss mich an das Wohltraining erinnern. Zuerst überleben. Ich lege ihre Tests ab. Und das sollten sie auch. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es schlimmer ist, als wir gedacht hatten. Aber irgendjemand muss wissen, wo sich die Raketensilos befinden und wie man sie sichert. Die Responder sind unsere heißeste Spur. Wenn ich hier fertig bin, ziehe ich weiter. Suchen Sie nach meinen Logbüchern. Ich gehe voraus und zeichne alles auf, was ich finde. Hier spricht die Aufseherin. Die Aufseherin. Hat sie uns viel erzählt, ne? Oh, guck mal hier. Hier ist ein Diagnoselabor. Hm. Dieses Terminal ist ausschließlich für Responder, Freiwillige und Freiwilligen Anwärter freigegeben. Wenn Sie bei Freiwilligen Anwärter bleiben, besprechen Sie mit Dassa Ben Ami oder registrieren Sie sich am Selbstbedienungskiosk. Zugang verweigert. Schein schnade, 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 Benni. Hier ist eine Laborstation. Oh, das muss ich auch mal testen. Oh, wir haben kein schmutziges Wasser, leider. Wenn ich was mache. Die Aufseherin hatte gesagt, dass mehr Leute kommen würden, schön, sie können zu lernen. Will ich auch mal produzieren. Ah, gibt es uns alles Erfahrungspunkte. Guck mal, wir haben hier Besuch gerade hier. Der legt sich einfach da hin aufs Bett. Was macht der? Der Huipu, der legt sich hier schlafen neben den Toten. Hey Huipu. Bist du dir sicher? Hallo. Hallo. Okay, Benni, wir sollten hier weiter. Bist du wieder der Laboratortyp hier, ne? Guck mal, der produziert jetzt schon fleißig. Was machst denn du? Äh, ich hab mir auch nur so ein verdünntes Stimpack gemacht. Sehr gut. So ein Kram haben wir eh, aber jetzt wollen wir natürlich auch noch ein bisschen Abenteuer erleben. Wir sind ja immer noch so ein bisschen in dieser Anfangsphase, auch hier noch. Ja, und die Beta endet bald. Also jetzt dieser Beta-Tag für uns. Genau. Deswegen, wir haben hier noch ein Missionchen. Genau, das machen wir noch hier, guck mal. Oh, hier ist so ein Selbstbedienungskiosk, wo man sich registrieren kann. Freiwillige hier anmelden. Herausforderung abgeschlossen. Registriere dich als Freiwilliger. Ich hab's gemacht, Benni, hier vorne bei mir. Willkommen Freiwilliger. Melde dich bei Responder Kisha McDermott. Oder Dermott. Um weitere Anweisungen zu halten. Personenverzeichnis, kann man hier gucken. Mhm. Wieso? Windel, Kisha, McDermott. Optional suche ihren Aufenthaltsort im System. Warte mal, das können wir ja... Ich bin auch Stufe 4 jetzt. Hab einen Perk bekommen. Letzte Aufenthalts, Flatwoods River, Alter. Unterkunft. Three Church Road. Überwacht Wassersicherheitsprotokolle in Flatwoods. Führt langfristige hydrologische Experimente durch. Hast du gehört? Da, die müssen wir finden. Ja, los. Dann machen wir das doch. So. Also. Flatwoods River. Ja, los. Guck mal, die Jukebox. Huch. Die brauch ich jetzt nicht, danke. Erster Kontakt. Irgendwie funktioniert die Jukebox nicht. Was machst du da? Perks auswählen gerade. Das könnte ich natürlich auch mal machen. Bist du nicht auch Stufe 4? Nee, noch nicht. In der Stufe 3. Du kannst trotzdem nochmal zweimal Punkte verteilen. Oh, das stimmt. Wie war das nochmal mit den Punkten? Wo muss ich nochmal draufdrücken? Äh, auf den Pip-Boy und dann T. Genau, so war das. Dann gehe ich diesmal auf Sterke, oder? Vielleicht gar nicht so dumm. Oh, Steigbewegung Waffenpräzision. Das ist völlig auch nicht so schlecht. Perception. Extra Wurst. Ja, das ist doch gut. So, und dann können wir uns noch mehr holen. Ein bisschen Glück. Wir haben ja noch mehr theoretisch bekommen an Skills. Ah nee, das war es schon. Schade. Also einen konnte ich noch wählen. Okay. So, und wir wollen hier bei so einem kleinen Beta-Abenteuer jetzt natürlich auch noch ein bisschen weiterziehen. Also Benni, komm los. Ja, los geht's. Auf geht's. So, in welche Richtung müssen wir? Äh, hier ist direkt doch noch irgendwas. Was ist das? So, sind wir hier schon in der Highschool eigentlich? Nee, nee, das ist hier Highschool. Wir müssen diese, diese, drück mal M. Sammler abgeworfenen Vorräte ein. Hier ist doch, ach, das ist direkt hier. Das drückt dann in der Nähe. Suche ihren Aufenthaltsort im System. Ach so. Das brauchst du nicht. Das haben wir doch gerade alles gemacht. Habe ich doch eben schon gemacht. Ja, ja. Habe ich dir doch erzählt. Die ist hier am River, Mann. Hier, wir gehen direkt drauf zu. Folgen sie mir. Folge dir. Hier müssen sie sein, irgendwo. Kesha, bist du hier? Kesha. Die liegt hier, Mann. Oh, fuck. Okay. Oh, nein. Die ist draufgegangen. Aber die hat ein Wassertestkit dabei, deswegen verzeihe ich ihr, dass sie gestorben ist. Also, Duffer hat uns alle gebeten, unsere Geschichten für die Nachwelt zu dokumentieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hi. Ich bin Kesha McDermott. Ja. Als die Bomben fielen, war ich in Watoga an der Organisation eines Wissenschaftsfest für die Highschool-Schüler beteiligt. Das Thema war die Zukunft der Energie. Nach den Bomben herrschte überall Chaos. Ich musste nach Nahrung suchen. Geradezu tollwütige Überlebende abwehren. Es war ziemlich übel. Ich traf ein paar Kids aus der Highschool, deren Eltern nicht überlebt hatten. Und wir fanden eine Weile lang gemeinsam in einem alten Haus Unterschlupf. Nach einer Weile schaffte ich es, ein altes Radio zu reparieren. Und wir hörten eine Mitteilung der Responder. Wir konnten uns vor Freude kaum halten. Doch die Reise von Watoga nach Flatwoods war hart. In den Bergen begegneten wir ein paar Arschlöchern, die unser Essen und unser Wasser stahlen. Hast du eine Wasserprobe genommen, Benni? Ja. Sollen wir weiter? Das ist die andere Mission, wo du hinwennst. Ja, aber die liegen ja direkt hier neben uns, die Vorräte einfach nur. Aber nicht lang genug, um es trinkbar zu machen. Erzählt noch ein bisschen von den Geschehnissen. Also meldete ich mich und sagte, ich kann ein Gerät bauen, um die Kontaminierung zu testen. Und ich kann euch zeigen, wie man Wasser richtig abkocht. Und das habe ich auch gemacht. Die Welt wird wieder besser, aber nur langsam. Und wir müssen dafür sorgen, dass wieder alles zusammenbricht. Dafür brauchen wir nur Zeit und Engagement. Nun ja. Komm schon. Zeit, Engagement und Wissenschaft. Oh, verdammt, ich muss nachladen. Sorry, Alter. Ich war keine große Hilfe gerade. Hilfe! Verdammte Scheiße! Du musst dir doch nicht bei jedem Schuss nahe annehmen, Mist. Ich muss das Gewehr nehmen. Oh, ich muss das Gewehr nehmen, Benni. Sorry, ich muss die Waffe wechseln. Wie wechsle ich jetzt die verdammte Waffe hier? Im Fight. Wir töten mich! Renn weg, renn weg. Ja, Mann. Alter, wie wechsle ich jetzt die Waffe hier im Fight nochmal? Ah, ich muss mir die doch irgendwie... Ich weiß sie gar nicht. Das sollten wir unbedingt rausfinden. Okay, warte mal. Mit zwei kann ich nämlich jetzt hier die andere Waffe noch drauflegen. Drück mal... Ja, das sollte ich auf jeden Fall machen. Das Jagdgewehr. So, kann ich jetzt wenigstens wechseln direkt. Boah, zum Glück. Ein Stim-Bag haben wir auch. Weil die Pistole, die ist voll schrottig gegen die andere Knarre hier. Weißt du? Ja, ja. Das stimmt. Okay, das haben wir erledigt. Die Vorräter haben wir auch eingesagt. Also geht's jetzt weiter. Ja, hier eine Probe sammeln noch. Das ist doch hier rechts. Oh ja, noch ein Stück weiter rechts, ja. Klar. Aus dem Wasser pumpen sollen wir nämlich auch eine Probe. Und ja, das Wasser war ein ganz großes Problem scheinbar hier. Oh, ich hab's getrunken. Vielleicht nicht so clever. Ich hab mich verdrückt. Ich hab eine Probe. Oh, wir sollen die im Labor jetzt mal analysieren, die Probe. Eins nach dem anderen. Hey! Was? Ja, man sieht das Ganze gut unten in dem Kompass. Man muss sich da halt auch erst zurechtfinden. Also nicht wundern, liebe Freunde. Oh, guck mal hier. Hey, ihr beiden. Oder... Tut mir leid. So, erledigt. Sorry, wir brauchen das Fleisch. Hm. Was da nicht für lustige Atomkreationen rausgewachsen sind. Aber es fühlt sich echt an wie ein MMO eher, ne? Ja, volle Möhre. Also uns hat auch noch keiner angegriffen. Irgendwie gar nichts von diesen ganzen anderen Survival-Spielen. Absolut. Was ich cool finde. Ja, ich find's auch ganz nice. Mal was anderes. Guck mal, der kleine Pilot ist hier. Lieben Gruß. Der ist nämlich auch bei uns bei Twitch unterwegs, gerade lustigerweise. Und das mitten in der Nacht. Guck mal hier. Das Diagnose-Terminal. Ach so. Wasserprobe analysieren. Daten von Wassertests werden gelesen. Schmutzig. Krankheiten ernst. Fazit. Die Wasserqualität hat sich seit der letzten Probe an denselben Koordinaten nicht verbessert. Bei wenigen Status wirkt aktualisiert. Wasserprobe analysieren haben wir gemacht. Nutze das Holz aufs Sprengstoff um das schmutzige Wasser abzukrochen. Gut. Machen wir doch, ne? Eigentlich ist die Mission, um uns was zu erklären, was wir schon längst wussten. Ne? Weil wir es schon selber ausprobiert haben. Ja, das stimmt. Wir haben schon selber gelernt zu überleben. Naja, wenn du richtig bist, aber halbwegs. Okay, jetzt müssen wir Wasser abkochen, Benni. Holz. Holz. Wo gibt's denn Holz? Hab ich noch Holz? War da nicht ne Kochstelle vielleicht sogar da drin? Ja, hier vorne, hier vorne. Achso. Hier ist richtig lecker. Ich breite mal was zu. Okay, was sollen wir jetzt mal schmutzige Wasser abkochen? Abgekochtes Wasser. Das will ich machen hier. Lecker und noch mehr. Komm. Und noch Rußblumentee, wenn wir schon mal dabei sind. Dann mach ich doch mal einen leckeren Rußblumentee. So. Yeah. Jetzt bin ich auch Stufe 4 endlich. Das klingt ja gut. Und Benni, mach uns jetzt mal so einen leckeren Rußblumentee. Da hätte ich jetzt richtig Lust drauf. Willst du auch rein? Ja, gerne. Oh, ich muss auch mal jetzt ein Fleisch essen. Das ist eigentlich, wenn man rohes Fleisch isst. Erkrankung ist 4%. Das ist nicht so gut. Oh, Mac and Cheese. Das sieht lecker aus. Hm, leuchtender Pilz. Essen ist ja den richtigen Problemfall hier, ne? Das essen habe ich noch nicht so viel. Rip-Eye-Steak. Oh, Jungium, russische Eier. Mann, Mann, geil. Da esse ich mal so ein schönes Steak. Verdorbenes Gemüse. Oh. Oh, nee. Dann lege ich das lieber ab. Was hast du dir? Das ist gebraten gerade. Das muss ich auch mal unbedingt machen. Ja, mach das mal. Ja, Rip-Eye-Steak kann ich auch machen, Mann. Geil. Da mache ich da zwei von. Ah, köstlich, du. Da haben wir ein schönes Steak. Das sieht aus wie ein Köttel, aber trotzdem. Lecker. Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Melde dich beim Selbstbedienungskiosk. Ja, wir müssen, die werden wir ja noch eingeführt quasi. Oh, da vorne, den haben wir ja auch schon kennengelernt. Gut, dass es hier zwei Stationen gibt, da können wir direkt zusammen rangehen. Fältigen Status prüfen. Hm, Datenwert zu analysieren, dann Responder-Kisha-Terminal übertragen, abgeschlossen. Ja, wir haben das alles gemacht, wir waren richtig toll. Weitere Anweisungen erhalten. Hallo, ja, genau. Was wollen wir jetzt hier? Finde, äh, Daybird Winters. Benni, kennst du ihn, Daybird? Kennst du ihn persönlich? Kennen du noch nicht. Ja, guck mal, ob der in seinem Zuhause ist. 21 Bridge Street. In, äh, ja, da ist es irgendwo in einem Haus. Leitet in Flatwoods die Küchen und das Mitbringessen, äh, Mitbringessen, äh, ist klar. Führt für überlebende Kurse Überlebensmittelsicherheit durch. Okay. Daybird Winters. Daybird, we're coming. Oh Gott. Da ist der Daybird aber ganz schön weggelaufen jetzt hier. Wie der, äh, der arme Daybird, ey. Wie der eine Daybird im Kopf nachher. Der ist er da vorne, ist er doch schon. Daybird, bist du hier? Junge. Oh, der Daybird, da liegt der. Ich geh mal zur Tür rein. Verdammte Scheiße, der hat echt... Der nicht da drin? Der ist auf jeden Fall im Arsch, der Daybird, du. Den richtigen Daybird im Kopf, hab ich hier gesagt. Oh, der sieht nicht so gut aus. Oh, Daybird, Junge. Psycho? Ich bin Brent Delbert Winters, bin direkt hier in der Stadt geboren und aufgewachsen. Hab den Respondern meine Kirche als Außenposten zur Verfügung gestellt. Gern geschehen, übrigens. Wisst ihr, die Responder haben eine wichtige Mission. Sie helfen den Leuten durch dick und dünn. Bis der Himmel sich wieder öffnet und uns alle aufnimmt, jedenfalls. Als das alles passierte, dachte ich wie viele andere. Die Zeit ist gekommen. Das ist das Ende. Aber das war es nicht, was? Wir sind noch hier. Erst dachte ich, es wäre ein Fehler passiert, das wir übersehen würden. Vergessen. Vielleicht hatten wir gesündigt. Vielleicht hatten wir nicht genug für den guten Zweck gespendet. Oder in schweren Zeiten nicht genug den Namen des Herrn gelobt. Oder Gedanken gehabt, die sich nicht gehören. Also fragte ich ihn. Ich fragte, wie? Warum? Ich habe auf Erden für dich gekämpft und ich bin bereit, im Himmel an deiner Seite zu kämpfen. Dann sah ich in meiner Verzweiflung wie ein paar Überlebende hinter einer Mülltonne eine rohe Ratte aßen. Die solltet ihr erst braten, sagte ich. Das schien ziemlich naheliegend. Sie sagten, sie hätten es versucht, aber es hätte sie krank gemacht. Sie waren komplett verdrecht. Dann wurde mir klar, dass ich einen Auftrag hatte. Von da an baute ich Küchen, kochte gutes Essen, gab jedem zu essen, der mit leeren Marken zu mir kam. Und ich war dankbar für diesen Auftrag. Dankbar. Beim nächsten Weltuntergang wird auch meine Zeit gekommen sein. Aber bis es soweit ist, können wir uns doch ein selbstgemachtes Essen teilen. Nicht? Ja, die haben schon so kleine Geschichten um die Charaktere gespinnt. Also, man sollte sich ja auch schon ein bisschen, vielleicht haben wir einfach ein bisschen durchgerusht auch, schon ein bisschen die Geschichten zu Gemüte führen. Oh! Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es bei dir auch stehen geblieben ist, Benni, aber bei mir hat es sich gerade verabschiedet. Zumindest die Beta. Nee, bei mir nicht. Oh nee, ich kämpfe gegen eine Ratte. Ich war gerade nur ein kurzer Leck scheinbar. Ist alles gut gegangen. Ich komme, Mann. Oh, was ist denn da runtergefallen? Was ist das denn für eine Ratte? Eine Opossum. Das ist ja eine nette Kombination. Ja, du musst nochmal so ein Stück Fleisch braten. Wenn du keins mehr hast, hier sind so Kühe vielleicht noch. Oder Ratten. Was auch immer das sein sollen. Oh, der ist leider tot. Da gibt es nicht mehr viel zu holen. Nee, und hier? Nee, der ist leider ausgeköttelt, hat er sich. Sind ja alle tot. Scheiße, Mann. Ein bisschen blöd, dass er nicht erkennt, dass wir schon das Fleisch gebraten haben auch. Ja. Allerdings. Oh, was ist denn hier los gerade? Jetzt habe ich aber echte Performance-Probleme plötzlich. Hast du noch ein Stück Fleisch? Vielleicht weiß ich, was ich bringen kann. Nee. Ja, sonst grille ich einen Radhirsch. Ach nee, es soll ein Rib-Eye-Steak herstellen. Nein, hätte ich das gewusst. Hätte ich natürlich die nicht vorher gegrillt. Alle schon? Hm. Dann guck mal, wenn wir noch so viel finden. Wenn hier, wollen wir auftauchen irgendwann. Oh, krass. Was war das denn? Eine wilde Mutterbeere. Habe ich mal mitgegönnt. Die habe ich ja schon getötet und mir das Fleisch ja schon gegönnt von denen, weißt du? Da müssen hier ein paar Überlebende noch sein. Das ist jetzt ja blöd irgendwie. Müssen die schneller respawnen. Ja, auf jeden Fall. Oder hier gibt es direkt umliegend noch welche? Ja, gucken wir mal ein bisschen. Wir haben ein bisschen Holz gesammelt eben. Oh, die Stromdinger. Oh, wo? Was passiert? Zombies. Ich komme. Aua. Aua. Irgendwann auf dem Boden. Ratten. Was für Viecher, ey. Ballwurfratten. Schöne Musik, ne? Ja. Der Hirschbock hat auch nichts mehr gerade. Scheiße, Mann. Das kann doch nichts wahr sein. Oh, die Abschaltung wird kurz besorgen. Abschaltung. Nein. Leute. Ja, das war's dann. Wir wollten doch noch ein Steak braten. Wir wollten doch schnell ein Steak braten. Aber das schaffen wir dann der Beta nicht mehr. Das war's von so den Beta-Gameplays. Und dann könnt ihr mal schreiben. Ja, aber beziehungsweise. Genau, vielleicht schaffen wir es ja noch mehr machen. Noch weiter in der Beta zocken. Das sind nämlich noch zwei, drei Tage. Und ja, vielleicht können wir direkt hieran anschließen. Ja, das kann gut sein. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bei Twitch-Followen, wenn ihr live dabei sein wollt. Oder halt eben bei YouTube-Followen, wenn ihr das nachträglich gucken wollt als Folge. Das wäre ja auch überhaupt kein Team, Manni. Nur mal so im Raum geworfen, liebe Freunde. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Ich hoffe, euch hat's richtig gut gefallen. Auch ebenfalls ist natürlich noch die Beta. Wir freuen uns natürlich auch auf die Release-Version. Da wird natürlich noch ein bisschen gepolished, denke ich mal, hier und da. Aber es hat schon Laune gemacht. Und jetzt wird der Server hier abgeschaltet. Und der Benni und ich, wir verabschieden uns dann auch von diesem Stream, würde ich sagen. Ja, von diesem Livestream. Und wünschen euch noch einen wunder, wunder, wunderschönen Abend, eine Nacht oder was auch immer ihr dann gerade macht. Und vielleicht sehen wir uns dann ja wieder im nächsten Video. Ciao, macht's gut. Macht's gut, ihr Lieben. Und vielen, vielen Dank nochmal auch an die ganzen Nachträulen, die ihr heute dabei waren. Bis dann.